Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Live in the Woods beziehungsweise nicht zu einer weiteren, sondern vielleicht auch so ein bisschen, ja, zu einer neueren Wir hatten das Thema ja schon so ein bisschen durchgekaut in der letzten Staffel Wir wagen heute einen Neustart, beziehungsweise zumindest für das Let's Play wagen wir einen Neustart Der eigentliche Neustart ist schon so ein bisschen erfolgt, hier läuft schon das eine oder andere Ja, wir befinden uns auf dem Server, den ihr aus den Server-Specialen schon kennt Es sind nochmal ein paar neue Mods dazugekommen, hauptsächlich technische Mods Und wir spielen theoretisch nicht alleine, jetzt aktuell schon Weil die anderen Spieler noch zu tun haben, in der Uni sind, arbeiten sind und wie auch immer in der Schule sind Und ja, wir wagen hier einen kleinen Neuanfang Wir haben uns auch schon, wir sind hier mit einem anderen Spieler, Eurino, den kennt ihr auch noch aus den Server-Specials Wir haben ihm gesagt, hey, wir haben beide Bock auf einen Neustart und nochmal ein paar neue Mods und so weiter Deswegen, das ist eigentlich so der Hauptgrund Nun, wir werden uns dort oben auf dem Berg niederlassen, da wollen wir uns irgendwie, ja, eine Art große Festung hinpacken Wir sind also hier in der Welt schon ein bisschen gereist Und haben uns ein schönes Fleckchen ausgesucht, was noch weitestgehend unberührt ist von vorigen Server-Aktivitäten Nenne ich es jetzt einfach mal Ja, weil da haben wir dann hier zu unseren Füßen gleich ein Dorf Das werden wir natürlich auch mit der Zeit immer größer gestalten Ich muss mal, Entschuldigung, ganz kurz mein Mikro noch etwas näher Ups, so Ja, das werden wir so ein bisschen noch expandieren lassen natürlich Und vor allem verschönern, weil das ist hier aktuell gerade kein Zustand, vor allem sowas Ist halt, ja, nicht so tolle Gut Ich war auch schon da unten unter Verdammt Gut Dann halt so, hier war ich schon drin Das habe ich komplett geplündert Hier ist alles leer Ja, das ist jetzt auch das Zeug, was oben gerade am Schmelzen ist Und das Ziel der heutigen Aufnahmesession ist einfach so ein bisschen hier eine Art kleines Haus hinzubekommen Dass wir nachts einfach sicher sind Da fällt mir ein Mobs abmachen Die hatte ich gerade noch aus, weil ich hier noch ein bisschen AFK rumstand Bis die eigentlich aufnahmelos ging Und ich wollte halt In der Zeit nicht sterben Ja, sehr gut Die Öfen sind jetzt durch Dann können wir das eigentlich mal alles Ähm Dann darüber tun So, also so ein paar Materialien haben wir jetzt wie gesagt schon Wie man hier nur unschwer erkennen kann Es ist halt Nur ein bisschen nervig, weil wir jetzt Drei unterschiedliche Kupfersorten haben Einmal von Immersive Engineering Einmal von Tengas Und einmal von Thermal Da werde ich irgendwie gucken Das hatten wir ja bisher auch Da hatten wir es nur in den Drawern lagern Und da hat sich das dann ineinander immer umgewandelt Das werde ich hier Werden wir hier wahrscheinlich auch versuchen Das ganze Zeug von Farmcraft kann eigentlich hier mal raus Zack Dann machen wir den hier Das tun wir hier mit rein Gut Ja, der Atlas Wir haben eigentlich nichts mitgenommen Vom alten Haus mehr oder weniger Von unserer alten Basis Bis auf jeweils ein Bett Und ein Stack Essen Also Burger haben wir uns mitgenommen Die liegen hier irgendwo rum Hier, das sind jetzt die von Eurino Meine habe ich noch im Inventar Ja So, wir wollen heute wie gesagt So ein bisschen versuchen Uns ein kleines Häuschen hinzubauen Dazu werden wir erstmal ein bisschen Erde benötigen Weil ich den Hügel noch ein bisschen aufschütten möchte Dass das Haus natürlich auch nicht zu klein wird Und jetzt müssen wir mal gucken Wo wir uns Erde organisieren Vielleicht von dem Hügel hier so ein bisschen Weil der ist eh noch ein bisschen unfärmig Da können wir gleich ruhig ein bisschen anfangen Mit Terraformen Und die dort erhaltene Erde Machen wir uns dann zu nutzen Ich hoffe einfach mal Dass es auch ein bisschen das wird Was wir hier bekommen Die Schicht würde ich jetzt vielleicht sogar ganz abtragen Weil Weiß ich nicht Zwei bis drei Stacks würde ich eigentlich schon gerne mitnehmen So Wie gesagt Wir werden dann auch Wenn mal so ein bisschen Grundordnung herrscht Uns im Dorf breit machen In dem Sinne Dass wir es halt eben Ja, ob sich einfach nochmal ein bisschen überarbeiten Und hoch Der darf da rück drin bleiben Ob sich ein bisschen überarbeiten Und Auch so die Wege optimieren Weil bisher ist es einfach nur katastrophal Wie das Dorf da In die Welt gesetzt wurde Aber das ist ja meistens so So Machen wir irgendwie so Ja, ein halb Stacks Ein bisschen was haben wir noch zu Hause Ach komm, wir nehmen noch eine Schicht mit Fällt schon nicht auf Gut So einzelne Steinflecken Machen wir dann natürlich wieder zu Und es geht mir so auf den Sack Die ganzen Türen Die ganze Zeit Vor allem teilweise hören wir die Türen auch noch Auf unserem Hügel Das sind hauptsächlich die Villager hier in dem Haus Weil die halt eben immer raus wollen Tagsüber logischerweise Und Dann wird es halt aber Nacht Nein Doch, genau Aber die kommen halt nicht Also Sie kommen schon raus Sie können die Tür öffnen Und dann stehen sie aber vor einem Meter tiefen Abgrund Und dann denken sie sich Ne Da drehe ich mal lieber wieder um Kann ich irgendwie verstehen Aber dadurch klackert halt die Tür die ganze Zeit Das ist zum Heulen Wo ist eigentlich mein Schwert Okay, das dürfte jetzt reichen Wo ist mein Schwert Aber jetzt würde ich hier erstmal gern kurz schlafen gehen Das ist natürlich zum Teil ausgeleuchtet Aber halt Weit noch nicht alles Und vor allem das Problem ist Unten die Villager Kriegen es halt teilweise so wie hier Nicht geschissen sich zu verstecken Und wenn dann Zombies kommen Dann sind die ganz schnell weg Und das will ich halt nicht Wir wollen die Villager ja eigentlich Deswegen ist vielleicht auch Mal eine Idee Halt eins halt eigentlich Ja, deswegen ist vielleicht auch mal eine Idee Dass wir die Villager erstmal sichern Indem wir sie in ihre Häuser sperren Wie wäre es denn damit? Gut, der kommt da wahrscheinlich Ich weiß nicht, wie sieht es nicht aus Wenn ich jetzt eine Treppe mache Die gehen nicht freiwillig rein Weil es Tagesgang Gut, dann suche ich erstmal alle Die schon in Häusern sind Und sperre alle Die schon in Häusern sind mal ein Wem guckt mir hinterher Wie sieht es hier aus? Da kommt nicht aus dem Wasser Wie mir scheint Ich schiebe ihn mal an Hopp Hopp Render Was bist du eigentlich? Ah, okay Eye of Ender bekommen wir von ihm Da geistert auch jemand rum Aber ich glaube, der kommt gar nicht aus seinem Der lebt nicht mehr lang Kommt gar nicht aus seinem Haus So Dann haben wir hier noch Ein Schaf Na komm Tu mir doch den Gefallen Und geh hier rein Einer ist nämlich schon drin Und wenn du dich da noch dazu gesetzt Fände ich das echt cool Hopp Hopp Du bleibst zu drin Ich hasse Villager Rein mit dir Rein mit dir Rein mit dir Genauso Wo willst du denn jetzt wieder hin? Kusch dich Ab Ab Du bleibst drin Da werde ich mich mal Wenn ich etwas mehr Geduld habe Widmen Eigentlich wollen wir ja jetzt Uns ein bisschen ums Haus kümmern Ich werde einfach versuchen Immer so schnell wie möglich Schlafen zu gehen Dass möglichst wenig passiert da unten Dann fangen wir hier mal an Ein bisschen zu erweitern Es soll kein mega großes Haus werden Weil wie gesagt Der Hauptteil kommt ja eigentlich dann da oben hin Aber halt so eine kleine erste Base Wo man so ein paar Maschinen vielleicht auch drin stehen hat Oder so Das wäre jetzt nicht schlimm Später kann man das Haus vielleicht dann Umbauen Zu einem Villager Dorf Zu einem Villager Haus Und darauf haben wir ja schon Weil wir sowieso das auch noch ein bisschen Vergrößern wollen dann Und dann kann man ja vielleicht tatsächlich Bis hier auch noch irgendwie expandieren Sehen wir dann So Okay Eine Schicht vielleicht noch Ja ich denke das reicht Gut So die Erde So wie haben wir gar nicht gebraucht Jetzt müssen wir ja mal gucken Weil das jetzt eigentlich theoretisch Alles mit ins Haus dann kommt Deswegen Ja Das steht hier alles im Weg Das Zeug leider auch Das werden wir dann so im Haus wieder aufbauen So Wunderbar Dann das auch alles hier Die Fackeln haue ich mal kurz weg Vielleicht auch nochmal kurz ein bisschen Erde Weil das Wort schon Ist schon recht klein So So machen wir Hier nochmal drei Blöcke dran Zack So jetzt ist halt die Frage aus Was bauen wir das Haus Wir haben nämlich noch nicht Wirklich viel Materialien da Wie wärs denn Ruhig mit Holz Am meisten haben wir Dark Oakwood Hier hat noch ein bisschen Gabrot Dolomit Naja allzu viel Steine haben wir halt leider noch nicht Ich hole mir hier mal zwei Stacks davon Hier hätten wir noch ein bisschen Kobbel Erde haben wir halt echt viel Aber Erde ist halt Nicht ganz das was wir glaube ich haben wollen Okay aber ich denke mal Wenn wir tatsächlich Wo ist denn der Cobblestone Zeig mir den mal Es soll ja wirklich nur ein Kleines Häuschen werden Ich hoffe einfach mal Dass uns das Holz reicht Wir können natürlich auch dann Recht viele Fenster reinbauen Dazu bräuchten wir mal Sand Sand, Sand, Sand Dazu hole ich mir erstmal kurz Fackeln Oh da habe ich sogar noch welche Aber wir machen uns nochmal ein paar Ja toll Das hat ja super geklappt Nein So rum So Die sollten rein Ich glaube Sand bekommen wir hier unten So ein bisschen Irgendwo war hier doch Genau Es ist nicht viel Aber es ist ein bisschen was Hier könnte man dann auch Irgendwann mal noch Komplett erforschen Da habe ich natürlich wieder Keine Erde mit So So Und damit wir wieder hochkommen Hier natürlich Erde hin Dann Na hier ist wahrscheinlich das Problem Wenn ich den Ach ne das geht es auch noch Dauert ich nicht hin Dauert ich hin Falsche Taste So So Ein bisschen was haben wir jetzt Das sollte erstmal genügen Das schmeißen wir jetzt in den Ofen Weil dann können wir nämlich auch Eine recht große Glasfront dazu machen Glas ist halt Irgendwie doch relativ billig Oh guck mal Hier ist noch Ah da haben wir auch sogar schon ein bisschen Glas Sehr gut Okay pass auf Dann Nehmen wir es mal so rum Machen Ein noch So Dann können wir daraus schon mal Glas Scheiben machen Die wir dann verwenden Und dann haben wir da auf alle Fälle ein bisschen was Jetzt ist die Frage Der Boden Den Boden würde ich wahrscheinlich tatsächlich gern da raus machen Ich sollte immer ein Bett noch irgendwo stehen haben Dass ich wenn es ist wirklich schnell schlafen gehen kann Zum Beispiel hier Das wird nämlich langsam wieder Nacht Ähm Also genau Holz haben wir eh schon da Dann können wir theoretisch Anfangen So Ich weiß nicht Fangen wir meinetwegen hier an Das wird ein Eck vom Haus Also wie viele Blöcke haben wir jetzt Aber jetzt sollten wir glaube ich schlafen gehen können Jawohl Sehr gut Nicht dass das Dorf gleich noch von Zombies überfallen wird Fände ich nicht so toll Gut Wir haben Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Dazwischen Wunderbar Machen wir hier meinetwegen fünf Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Zehn Elf Ich brauch nochmal Erde 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 Hier So dann können wir den vielleicht auch noch zwei raussetzen So dann werden das jetzt mal so grob die Abmessungen unseres Hauses Vielleicht machen wir hier anderen Pfosten rein Nein da nicht Sondern da Gut Dann würde ich hier hinten nämlich so ein bisschen Lager Crafting Bereich machen Hier vorne kann man dann schlafen und essen Vielleicht machen wir noch einen zweiten Stock drauf Müssen wir gucken Aber wir haben dann zumindest schon mal Eine Kleinigkeit Gut Ja das wird wahrscheinlich niemals ansatzweise reichen Wie machen wir hier jetzt Eins zwei drei vier fünf sechs sieben Okay dann können wir in der Mitte die Tür machen Oder nehmen wir mal die Tür hier so Das heißt die Erde muss weg weil da käme dann Genau da muss dann der Boden rein Gut Da können wir dann die Tür Ich weiß nicht wenn wir das so schon machen Ach warum eigentlich nicht gell Dann brauchen wir hier nur auch vernünftigen Boden Hier können wir so ein Fenster reinsetzen meinetwegen Und Eins zwei drei vier fünf sechs Ähm Hier machen wir meinetwegen da ein Fenster rein Zack zack Weil man soll ja auch ein bisschen Platz haben um Sachen hinzustellen Und es soll ja nicht alles von Fenstern verdeckt sein Hier würde ich dann wahrscheinlich sogar tatsächlich einfach nur eine Wand rein machen Ohne Fenster Zack 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 Hier hinten Kann man nochmal ein Fenster machen Das setzen wir vielleicht da hin So Da würde ich wiederum komplett zu machen Und dann hier vielleicht nochmal ein bisschen größeres Fenster rein Eins zwei drei vier fünf Ja komm So Gut Dann steht jetzt schon mal so ein kleines Grundgerüst unseres Hauses Irgendwo muss vielleicht auch noch eine Treppe hin Weil ich wahrscheinlich auch für einen zweiten Stock wäre Äh Da müssen wir dann gucken wo wir die hinbauen Das würde sich vielleicht hier anbieten Oder wir machen einfach nur an dem Pfosten eine Leiter hoch Oder so reicht der theoretisch auch Gut Dann sind wir für heute mit dieser Folge aber auch schon wieder fertig So ein kleines Grundgerüst steht jetzt Ich gucke jetzt mal ob ich kurz irgendwie ein Thumbnail hinbekomme von hier oben Nö Gut Dann machen wir das einfach ganz kurz so Und dann Ja Sind wir wie gesagt für heute fertig mit der Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Wie gesagt so ein kleiner Neustart Wird einiges passieren jetzt in der nächsten Zeit Wir sehen uns bei der nächsten Folge Bis dahin Nein in der nächsten Folge So rum Bis dahin Haltet die Ohren steif